Jodentach liebe Zuschauer, ich bin's wieder, euer Jean Bütz. Falls ihr mich nicht erkannt habt, ich sitze heute Tag hier, um euch die Weihnachtszeit ein bisschen näher zu bringen. Wir haben hier einen Tannenbaum, der ist heute leider aus Plastik. Das liegt daran, dass bei mir ein Studio, das mit echten Bäumen, das wollen wir ja nicht, wir sind ja ökologisch, denken wir, also haben wir hier einen, den wir jedes Jahr immer wieder verwenden können. Und weil zur Weihnachtszeit immer gerne Liedchen gesungen werden, hab ich euch eins mitgebracht. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein eurem Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Ich muss mich entschuldigen, weil ich bin gerade ein wenig abgedriftet und zwar in was ganz anderes. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein eurem Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Oh Möchentratzaun, oh Möchentratzaun, heute ist kein schönes Wetter. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mehr hören wollt, vielleicht keine Weihnachtslieder oder vielleicht ein Weihnachtslied. Kommt am 1. Dezember aufs Nikolausrock. Wir von die Traktora spielen dann auch da und viele andere Showdowns in Mainz im Karboll. Und wir würden uns freuen euch da wieder zu sehen. Dankeschön und auf Wiedersehen.